Als wir dann früh ins Bett gingen, da wusste ich, das muss gut werden. Das war schon am besten zu funktionieren. Und ich war echt froh, dass alles wieder in Ordnung war. Auf einmal fängt sie an zu weinen. Ich musste gar nicht mehr fragen, was los ist. Denn ich spürte ja, wie es wieder nass wurde bei ihm untenrum. Das war's dann. Der ganze Hass, der ländlichen Wohneinander kam aus dem Haus. Dann war's mir auch ganz egal. Dann war's schlug ich so und der Leib legte sich auf. Und dann platzte sie. Aber, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020